Zeit für Level-Design? Gib es zu, ich wusste nicht, was ich mir bei diesem Bus-Level gedacht habe. Aber nachdem ich angefangen habe, flossen die Ideen wie eine Rakete aus meinem Kopf. Die Idee hinter der ganzen ist, dass Planck noch nach Hause will. Aber um dort hinzukommen, muss er durch diesen Bus-Bahnhof, der sich zum Teil noch am Bau befindet. Ich weiß, ich weiß. Hammer Idee. Ich habe angefangen, um das zu erreichen, Kräne für Plattformen im Blender zu modellieren. Eingefügt in Unity habe ich dann angefangen, damit die Jump'n'Run-Passage im Level zu bauen. Da wären normale Plattformen und bewegende Plattformen. Falls du noch eine Idee für das Spiel hast, dann rein damit in die Kommentare. Ehre jedem, der ein Like und Abo dalässt. Habt noch eine nice Zeit. Euer Abi Herzlich Willser Untertitelung des ZDF für funk, 2017